Oh Gott, ich schreie schon. Mona Lisa? Oh Gott. Ich habe so etwas schon mal gesehen. Die lebendigen Gemälde. Außer, dass es hier eine Leiche ist, die an Drähten hängt und an einem Stuhl gebunden ist. Uiuiui. Du wirst das bezahlen, du Bastard. Du wirst das bezahlen, du Bastard. Ja, stimmt, sieht nur die aus wie du Mona Lisa. Oh, du Bein, zweizeitig. Ähm, eine Tür, wir drehen. Okay, ja, mein Skelett. Ein falsches Skelett, das soll du bestimmt zum Unterricht benutzen, bevor es hier gelandet ist. Could be ein Bolzen. Untersuchen. Ein großer Metallbolzen liegt auf dem Regal. Liegt auf einem der Regale. Wir nehmen das mal. Jetzt haben wir eine Eisenstange mit Bolzen. Eine Staffelei. Untersuchen. Der Doktor hält sich wohl selbst für einen richtigen Künstler. Oh ja, das tut er scheinbar. Untersuchen. Hier könnte ich wahrscheinlich eine Waffe bauen. Oh, perfekto. Das würde nicht funktionieren. Okay, gut, dann haben wir noch nicht wirklich das, was ich... Ich brauche eine Waffe, ich kann ja eine bauen. Okay, wir haben noch nicht das Nötigste. Aber wir haben ein Bolzen. Gut. Oh, mehr Genüge. Die Venus. Ich konnte suche die Leiche. Nach einem Amesopfter, der Pfad des verrückten Doktors. An einem ihrer Finger ist das glänzend. Was hat sie denn da? Eine Metallmutter. Oh, okay, eine Metallmutter ist da. Eine Metallmutter steckt wie ein Ring auf ihrem Finger. Ich könnte sie von dem Finger ziehen, wenn ich es... wenn er nicht so geschwollen und steif wäre. Das heißt, wir brauchen eine Zange oder sowas. Ah, das Mädchen mit dem Pau. Ich schlafe der Körper, es ist so exakt positioniert wie ein Gemälde. Scheinbar hat er mir ein Drahtverband, um ihren Kopf seitlich geneigt zu halten. Das ist krass. Wie viel... ...Drei Arbeiter da reinsteckt. Und spinnt. Oder so. Ein rostiger Metall spinnt. Öffnen wir ihn leise. Das fällt wahrscheinlich eh nicht auf, wenn ich ein Geschrei... ...ein Schraubenschlüssel. Ein Schraubenschlüssel. Könnte nützlich sein. Ja, den benutzen wir. Um die Mutter zu bekommen. Ich schreie. Warte, ihr könnt ihn vielleicht anschauen. Und jetzt... ...ist es benutzen. Nein. Ach Gott, der Schrei. Ich könnte es irgendwo anders verwenden. Okay. Dann nicht hier. Ich glaube, der Doktor geht mir noch nicht rein. Ich glaube, da ist der Doktor. Haben wir noch keine Waffe? Was ist mit dem Pergerring? Die Venus. Das ist so krass. Der Dateiarbeit muss ich ehrlich sagen. Respekt. Das ist wirklich einstens ausgebildes. Muss ich... Muss ich erst... Muss ich erst... Ja, ich glaube, ich muss dich erst mal her. Nö, okay, gut, dann nicht. Äh, wir gehen zurück ins Zimmer. Gehen nochmal zurück, vielleicht ist da noch irgendwas. Okay, Mona Lisa, no. Geh mal einen Stuhl, mir aufheben. Wofür? Bei. Seife, oder so. Ein altes Stück Seife, nein, auf einem der Regale. Nehmen wir mal. Mein Waschbecken, ich kann heißes Wasser laufen lassen. Können wir die Seife benutzen, um den Ding abzunehmen. Jetzt ist sie voller Schaum. Könnte irgendwas nützlich sein, denke ich. Ja, aber... Machen wir damit... Oh, Sägeblatt sieht sehr scharf aus. Machen wir damit die Mutter runter. Finger. Nassen wir noch ein Sägeblatt. Machen wir... Machen wir so viele schon. Du hast doch eigentlich mal eine Pause probiert. So... dann lass es sich sein. Wir benutzen. Perfekt. Wie? Oh, da bin ich jetzt wieder auf seiner Watt-Machin-Bowen. Ich hoffe, das reicht. Wir nutzen. Zwiebeln. Warte, da kann ich nichts anfangen. Oh, wow. Oh, wow. Hm. Hm. Geht mir doch ein Stück weiter hinter, vielleicht? Kann mir vielleicht irgendwas oben bei der Monalie sein? Zum Glück habe ich mich nicht drauf gesetzt. Aber das Stuhlbein könnte doch nützlich sein. Es braucht nur etwas Geschäfte. Gut, dann haben wir unsere nächste Waffe, denke ich. Alter. Ich gehe da mit Hermelie. Und ersuche mir die Leiche. Diese Leiche ist ganz schön verfault. Wenn eine echte Kunst ewig wird, verrottet die Modelle des Doktors schon bald und auch fein auseinander. Dieser kranker Mann wäre da bloß geschafft, seine Fräntheit zu verstecken. Das stimmt. Alter. Das Baby noch dazu. Posenpuppe, okay. Wahrscheinlich konnte er keinen Hermelie auftreiben. Es hat er stattdessen diese gruselige Babypuppe genommen. Und mit dem Puppenkopf wird. Ich könnte sie sicher für irgendwas gebrauchen. Voll gestimmt. Dann mal rumnehmen alles mit mir. Das war ein schönes Lesen. Der Temmer wurde dieser Ort vor langer Zeit stillgelegt. Eines Tages, wenn sie ihn schließlich abreißen, werden alle Beweismittel unter all dem Schub begraben werden. Das können sie mir nicht zulassen. Es... Oh Gott, das ist Liz. Aber... Das ist unmöglich. Ich habe ja letzte Nacht mit ihr gesprochen. Ich habe versucht, sie vom Springen abzuhalten. Und noch ist sie hier. Und sie ist auf einem Metallstab. Sieht aus, als wäre ich schon eine ganze Weile länger tot. Was ging denn vor sich? War das nur ein Traum? Werd ich wirklich verrückt? Oder... War sie wirklich da... Oh schon... Tod? Ah ja, ja, ja. Untersuchen wir sie mal. Die Taschen sind leer. Erholen sie herunter. Erholen sie herunter. Ich hoffe, du findest zumindest den Tod etwas Frieden. Alles, als liegt die da unten. Länges mit, genau. Einen Eisenstange. Untersuchen. Hast du Anschluss zu dem Gefängnis direkt neben der Tür? Einen Doktor dumm genug, ihn einfach hier zu lassen? Nehmen wir jetzt mal mit. Aber wir gehen an die Tür. Die Tür, weil ich Angst habe, dass wir dadurch abhauen können. Und wir wollen ja schließlich unseren ersten Karassier. Die erfolgreiche Lady hier. So, ich glaube, das war die Tür. Ja, gut. Ich hoffe, wir haben jetzt einfach genug, um die Waffe zu bauen. Wir haben einen Stuhl. Ah. Ich sollte jetzt den oberen Teil der Waffe festmachen, damit die Säge an Ort und Stelle bleibt, wenn ich sie benutze. Das Egel fliegt direkt rum. Puppenkopf. Oh. Das ist es. Jetzt kann ich ihn nehmen. Was ist denn die Stange da noch? Kann ich jetzt anfangen? Der Bolz muss jetzt gesichert werden, sonst fällt einfach alles auseinander. Jetzt muss ich die Mutter nur noch mit irgendeinem Werkzeug festziehen. Ein Schraubenschlüssel. Die war festfertig. Ich glaube, es ist Zeit, den Doktor zu besuchen. Und Doktor Appointment. Jetzt haben wir... ... einen Streitkolben und einen Speer. So, ich habe zwei Waffen. Auch gut. Ich gehe dir eine kaputt, mag ich dich für eine richtige Entscheidung? Naja, wir haben zwei. So, das wird schon funktionieren. Ich habe keine Augen. Ich habe keine Augen. Ich habe keine Augen. Ich habe keine Angst. Scream laut, kleine B***h. Scream deine Lungs aus. Louder, ich habe gesagt. Ja. Das ist jetzt mein Lieblingsbeschern. Würde ich mich für Sie? Nichts für Sie? Nichts für Sie. Ich weiß, dass all die Kunst geprägt werden muss. Dein Scream ist wie ein Poem mit Worten. Ihr Körper ist ein Instrument. Ich habe nie gedacht, dass du es in dir hattest. Und jetzt, du machte alle Finder in meinem Körper tremble mit excitement. Ihr Körper wird immer wieder beendet, von denen wie ich, die verstehen, die nur pure und wahrheitliche Formen von Art. Das ist so krank. Das ist so krank. Das ist so krank. Das ist so krank. Das geht so weit. Ich habe genug gesehen. Der Doktor muss sterben. Schreit mich an. Ich hätte keine Chance. Ich würde mich einfach töten. Noch mal. Ich brauche eine Waffe. Wir haben eine Waffe. Ich will einen Streitkolben oder einen Speer. Ich will eine Streitkolben kreativieren. Ich will einen Künstler. Jetzt werden wir mal Künstler. Nur ein kleiner Piekse. Ist was, Doc? Glauben Sie an Karma, Doc? Wir sehen uns in der Hölle. Nichts sagen. Ich finde, ist was, Doc, ey. Was ist, Doc? Sie hat aufgehört zu schreien. Ich hoffe, ich habe ihm geholfen. Leiche von Dr. X. Untersuchen. Er hat endlich bekommen, was er verdient hat. Ich hoffe, er verrottet in der Hölle. Ich habe gerade das Leben dieses Mädchen gerettet. Aber warum fühle ich mich immer noch so wütend? Weil wahrscheinlich viele andere unschuldige Opfer nicht gerettet werden konnten. Und wir binden sie jetzt los. Ich habe mich nicht los. Wir sind nicht los. Danke sehr! Er hätte... Er hätte mich gemacht. Er hätte mich gemacht. Wie die anderen. Die Tier. Wenn du ihm was erheneig gemacht hast. Wer bist du? Kapitel 3 Der Fluss Standing by the river, I wonder. Do I need a stone? No. My heart is heavy enough. It will drag me down for sure. Der Fluss Zuerst soll ich alle schottlichen Erinnerungen in dieser Nacht abwaschen. Ich sterbe für eine Dusche. Etwas zu essen, einen Kaffee und eine Zigarette. Ich würde auch gerne meine Katzen sehen. Tun wir, für eine Minute sowas wäre alles wieder normal. Ich habe immerhin überlebt. Vielleicht kann ich jetzt versuchen, die kleinen Dinge im Leben zu genießen. Okay, ja, ich schaffe das. Ein Schritt nach dem anderen. Ein Schritt nach dem anderen.